Dann gibt es da auch noch Zivilisten und das bedeutet, die Cleaner sind unterwegs, um alles zu sterilisieren. Wenn Amherst nicht der Richtige ist, fresse ich meine Zentrifuge. Seine Arbeit hat höchste Priorität. Wir können die Zivilisten nicht ignorieren, Doktor. Wenn wir dieses Virus nicht entschlüsseln, bleiben keine Zivilisten zur Rettung übrig. Okay, man. Okay, man. Vorsicht, das wird heiß. Vorsicht, das wird heiß. Hey, ist dieser Weg frei? Er muss! Los, los, los! Bevor sie uns erwischen! Die haben noch nicht alles abgefackelt, Gott sei Dank. Ich würde gern mal mit einem dieser Cleaners reden. Teils um rauszufinden, wie sie ticken. Und teils um ihn ganz langsam zu erwürgen, während er es bleibt. Ich werfen Brandsatz! Feuer aus Malta! Johnson! Geh, schweig, schweig! Stehen, schweig! Stehen! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich komme dabei, Dekum. Ich komme dabei. Die Wohnung ist über ihnen. Ernst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Solche Leute zerstören die Beweise für ihre Taten nicht. Die Wohnung ist der Erzeuger des Virus. Sehen Sie sich gründlich um. Vielleicht wurde sie auch geplündert, aber Plünderer suchen nicht nach Dokumenten oder Festplatten. Und wenn Sie Glück haben und Amherst dort vorfinden, bringen Sie ihn mit. Dann kann ich ihm ein paar Fragen. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man wird ja noch träumen dürfen. So viel Glück haben wir nicht. Wir müssen das Dach sichern, bevor er landen kann. Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Bringen Sie die Beweise sicher zurück. Feuer! Feuer, knacken Sie! Feuer! Feuer! Oh, 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 oh. Weiter so, Agent. Das Dach muss gesichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Das Feuer ist am besten. Waffen machen weg. Hey! Machen wir es hier! Wir müssen sie alle einschaffen! Eigentlich soll der Hubschrauber nur Material aus der Dark Zone ausfliegen, und zwar das stark kontaminierte Zeug. Aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Ja! Leicht aus dem Flammenradion! Leicht aus dem Flammenradion! Wir sind bereit für den Empfang des Pakets! Geht aus dem Flammenradion! Geht aus dem Flammenradion! Geht aus dem Flammenradion! ... Urge auf dem Flammenradion! Wisstens ist der Flammenradiondetrag des Lantern. Jetzt darf ich ihn ausbeißen! Oh no! Hahaha! Lighthouse, hier Bluebird 2. Paket erhalten. Kehren zur Basis zurück. Bluebird 2, Ende. Wir müssen sie alle einladen. Wir haben Lighthouse, hier. Wir haben Lighthouse. Wir haben Lighthouse. Der Heli mit dem Beweis ist unterwegs zum Hauptquartier. Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren, aber ohne ihr Eingreifen wären es noch viel mehr gewesen. Ausgezeichneter Arbeit, Agent. Möwereich Gute 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 Gute